Hier zeige ich die 4 Modifikationen für den Wizard X22AV um 6S Lippo zu fliegen ohne abstürzen und ein perfektes Video Bild zu bekommen. Schritt 1 Kürzende Abstandshalter zwischen ESC und FC Boards. Mit einem Teppichmesser wird ein Millimeter von dem Plastik Abstandshalter abgeschnitten. Schritt 2 Das XT60 Kabel muss außen angelötet werden. Jetzt kann das FC Board montiert werden. Schritt 3 Hinten bleibt nur der Video Sender, der Buzzer Board und der Speedy B Board werden entfernt. Das spart Gewicht und beseitigt alle mögliche Störungen beim VTX. Schritt 4 unter BLHeli Konfiguration wird DMA Compensation von Low auf High eingestellt, damit die SCs die Verbindung zum FC nicht verlieren und wegen 6S stellt man Startup Power von 0,5 auf 0,125 ein. Alles speichern und schon sind wir fertig. Jetzt fliegt der Wizard X22 HV mit 6S Lippo und stürzt nicht mehr vom Himmel wenn eine Rolle gedreht wird. Das FPV Video Bild ist jetzt streifenfrei und perfekt. Schritt 4 Schritt 5 Schritt 5 Schritt 5 Schritt 5 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017